Das ist blöd, ja. Dann spring doch einfach vom Baum oder so. Ach nee, du kannst ja nicht klettern. Dahin ist nur eine Militärbasis, ne? Boah, das ist jetzt verreckt halt endlich. Ja, aber da haben wir die AKs nicht geflecht. Vielleicht tun wir ja wieder was. Nein, die AKs haben wir... Die haben wir auf Fluggeld gefunden, ne? Genau, hinten beim Fluggeld. Ich finde das lustig, dass Landy ist... kämpft mit seinem eigenen Charakter. Stürm, stürm, stürm! Das ist doch so! Warum verreckt der Penner nicht? Na gut, ich wäre aber trotzdem dafür, dass wir eventuell dahin gehen. Und wir warten auf Troy. Wo ist denn Troy? Der aktuell stumm geschaltet ist. Ich glaube, Troy hat sich gerade eben so ein bisschen... Ah! Enttroyd. Ich kühle langsam aus. Ist das nicht toll? Ja, schön. Ich muss mal im Desi neu starten. Oh! In der Aufnahme. Oh, weißt du? Minuspunkt. Ist nicht nochmal dabei, ey. Abschluss in der B-Note. Hallo, hey Mist. Nee, Phinon hat meine... Hat meine... Boah, sieht der Gesicht aus. Nee, der Empte hat das. Der Empte hat ein Glas. Och, Phinon, weißt du? Momentaufnahmen. Moment! Oha! Mit der... Ich stehe da wie eine Statue, merkst du? Warte mal, stell dich mal so hin. Oder genau, warte, bleib mal so. Genau. Oh, Alter, sieht so geil aus. Mach'n Screenshot. Hab' ich schon. Den schickst du mir bitte. Ja, mach' ich. Du hast einfach komplett schwarze Augen, ey. Ja. Du schwarze... Was? Wenn du mit dem Fernglas irgendwie draufguckst... Oh, lol. Oh, lol. Mach'n Screenshot. Soll'n wie der aussieht als... Nee, kann doch gar nicht. Sieht nur so aus, als hätte er komplett schwarze Augen. Könnt' ich bitte dann später mal das Fernglas haben? Nö. Später. Ähm, äh, mal hier... ...in die Ferne gucken zu können. Hä? Emes... Äh, wo bist du? Da. Und ich guck dich an. Und hier schieb ich halt auch. Bam! Ich kann auch einfach den Helm abziehen. Das ist schwarz. Alter, was geht denn da ab, lol? Was ist der schwarz? Slandy? Ja. Was zum Henker hast du denn gemacht? Sag mal. Entschuldigung. Troy, wo bist du? Also diese Aufnahme... Äh, Daisy startet gerade. Ja, also schief, weil es in diese Aufnahme kannst du gar nicht gehen, oder? Nope. Nicht so wirklich. Wir warten fast eine 3-4-Stunde auf... Slandy auf einmal stirbt da. Ja gut, holen... Sie müssen Troy abholen. Meine Güter. Na, alles klar. So, jetzt packen wir das Ding hier erstmal wieder ein. Das kennt man doch, ne? Wir packen das Ding ein. Was? Na gut, wenn es 3 Meter lang ist, dann gibt es doch nicht mal ein paar Probleme. Ja, das wird ja dann eingerollt und fixiert mit Ducktape. Was war denn das? Was denn? Emes, was machst du denn da Lustiges? Kennst du das nicht? Nö. Wie machst du das? Hinlegen QE. Oh, nee. Weil du dann noch Holz und dann noch die Maus trittst. Holz im Kreis. So? Ja. Oh, das haben wir früher als Kinder immer so gemacht. Der ist so, die Abhänger runter. Oder immer schön im Schnee, ne? Immer dann schön den Berg runter. Und mir guckt da gerade Holz aus dem Kopf. Wie, Holz? Naja, das ist der Stil von der Dingenskirchen, ne? Wie heißt es denn gleich? Na, hier, die. Na, hier, mein Lieber. Spitz. Hacke. Und wir haben ein paar, paar viele Screenshots gemacht. La, 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 la. Nur zur Info, wir lernen uns jetzt der vorletzten Folge dann circa. Ja, das ist schon mal gut. Du willst das hier drin lassen? Wo wir einfach nur dumm rumstehen und uns im Kreis drehen und... Ja klar, warum wir nicht? Das gehört dazu, mehr oder weniger. Nee, sie ist fast fertig. Wow. Du willst gerade I understand drücken. No, you're dead. Wo ist er? MS. Jennifer. Hatten wir da nicht drüber gesprochen? Jennifer. Nein, nein, darfst du nicht, du hast keine Money mehr. Doch, dir habe ich ihn voll gemacht. Oh, wie er... Oh, MS, du kannst ihn doch nicht voll machen. Wie er sich in die Kirche flüchtet. Komm, wir gehen nicht beten. Komm, wir beten. Kniet ihr euch bitte alle hin? Ich will den Screenshot machen. Hinknien? Ja. Ja, so, so hinhocken. So, wenn man es hier so, so... Und er hat ja keine Hand. Ja, so machst du den Screenshot. Doch, bei mir ist ja keine Hand. Jetzt habe ich ja keine Hand. Nee, jetzt hast du sie bei mir weggelegt. Ja. Nee, jetzt habe ich sie wieder weggelegt. Gibt es in die Hand? Okay, danke schön. Kniet. Kniet nieder. Und kriecht zu Kreuze. Und es ist schon mal gut zu wissen, dass wir so langsam... Ja. Wir dürfen nicht gestört werden. Wir müssen die Türen zumachen. Ähm, apropos Türen zu und so, wie lange nehmen wir denn jetzt schon auf? Wie gesagt, wir fangen jetzt gerade die vorletzte Folge an. Oh nein. Die vorletzte, das ist schon mal gut. Oh, nicht klatschen. Nicht klatschen. Das war nicht. Ich habe anderthalb Stunden gelaufen. Nee, ich klatschen. Das ist ein Facepalm. Achbar, ja. Wenn ich mich nicht komplett ertun würde, weil ich meine... Wo war Facebook? Wir hätten im C-Viertel nach vier angefangen und haben jetzt für die Vor- und Fünffächs. Ja, das ist ein Zombie, das ist ein Zombie. Ach geil. Wo war Facebook? Töte mich, töte mich, F8. F8 war's? Hallo, Trottel. Hier, hier, hier. Ja, genau, ha, zukommt. Ihr Junge, hier, hier. Ihr, M-S-Zier. Komm, hier. Danke. Da ist ein Spieler. Wo ist das, das ist der Troll? Ja, das ist der Troll. Da komm ich grad. Hier, 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 hier. Links neben dir, links neben dir. Nee, wir laufen mal, der Troll. Okay, das ist Troll. Troll, geht's wieder, ja? Ja. Das ist schön, Troll. Hey von den Farben. Warte mal. Guck mal grad mal. Müssen wir hier? Wo ist denn der M-S-Zier? Ja, genau. Wir müssen jetzt einfach... Warte, warte, warte. Yeah, ich bin tot. Yeah. Ey, hab ich noch nicht gedacht. Noch nie hat sich einer in Daisy so gefreut, dass er tot ist. Ja, das mag sein. Wie der Slandi. Ducktape. Buh. Nein, 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 ne, nein, nein, nein. Ducktape. Puh. Was auf Warte, warte, warte. Ja, Mann. Troll macht natürlich wieder nicht mit. Ja, toll, ist gut, geil. Was denn? Ja, genau. Hast schon verpasst. wird ihm das nicht vor allem es wird ihm das nicht vor da hat er also das nicht damals von direkt neben Straßenschild langsam laufen du warst der Gehliebe links ist er gehen gedrückt halten die 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 Alun ja genau ein Grund zu trinkst haben sehen das heißt ich muss mich gleich mal irgendwie verstecken damit ich da was trinken kann trink 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 weil auf der Straße zu trinken ist immer schlecht was herrscht ein Alkoholverbot was uns wenn du es jetzt in nein es war pinkeln ja mal jahres ganz östlich von der Karte wo unterhalb so rechts unterhalb von Novot Mitrovsk also nicht wirklich weiter als ich äh weit weg von dem ich gerade gestorben super du hast aber auch immer Spawns ich bin jedes mal wenn ich gestorben bin bin ich immer in Elektro gestorben das wollte ich äh wiederbelebt worden und du hast immer Spawns über die Karte verteilt ja mal steht wenn man sich einloggt hast du Pech gehabt das macht die Pros aus ne was das schöne Spawns dass die immer woanders spawnen hier wo seid ihr eigentlich glaubt mir nicht soweit bei der Militärbasis unterhalb vom Airfield gerade okay I feel like having a drink das geht mir schon wieder auf den Sack äh Quatsch ich verdurste ja dann bleibt doch stehen aber dann geht ihr ja alle weiter dann seh ich euch nicht mehr dann machen wir hier kurzer aha was und zwar in den Büschen so Rastplatz ach ne wie der da sitzt so ja jetzt mach oh man der Master der hat gerade der saß da gerade vor diesem Pfeiler und hat gerade äh dieses Ding umarmt diesen Pfeiler umarmt ja den hatte ich auch gerade zwischen den Beinen das sah sehr merkwürdig aus ja den hast du umarmt das sah so geil aus so durstig bin ich zumindest nicht mehr noch bin ich noch bin ich energised ach komm wir ziehen uns die Cola rein hier ab dafür du hast eine Cola? ich hatte eine Cola ok gleich bin ich total total aufgedreht wegen dem ganzen Koffein hm hm hab ich hier noch irgendwas brauchbares? nee ich hab zwei Dosen Futter ein Beutel Reis zwei Cantins und kein Nindersjukt das stimmt los los mach mach los los mach mach Finon ja los lass das lass los 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 du sollst das lassen kann ich nochmal kurz dein dein Fernglas haben? oder Finon deins ich brauch meins eigenes Ego Ego ist Ego und so Ego 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 warte kurz ich will selbst kurz gucken und dann kannst du so angucken ok die Straße ist freiwillig so verrückt wenn ihr sich über die Straße rollt er solltet sich denn da über die Straße in die Linie in die Linie die Garten ja ich hab's gesehen wer wollte denn da über die Straße Hey, der Troy wär'n sonst. Wer nix handcuffen kann, muss er rollen. Let's see me rollin' Hey, hey, son. Rollin' Okay, rolling on the river. Schade. Schade? Ich mach' nicht. Komm, Pinon. Bus bauen. Was? What, 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 what? Inon, willst du dein Fernglas wieder haben? Ja, können wir bei der nächsten Rosten machen. Liegt er auf der Straße. Boah, schmeißt der das einfach auf die Straße, weißt du? Im Laufen. Oh nein, warte auf uns. Roll dich nicht so weit nach vorne. Troy, bleib stehen. Wir werden dich begleiten. Wir bleiben... Ne, lassen wir das. Wir bleiben Troy Troy, oder was? Troy, hast du dir nicht überlegt, mal den Nickname zu wechseln? Boah, wie es geleckt hat. Null. Ich hatte noch nix schlechteres als die FPS. Wow. Die FPS sind eigentlich alle ganz okay. Und lag'n tut's grad bei mir auch nicht. Die Sicht ist immer geil, find ich. Ich halte nämlich die ganze Zeit Ausschau nach Helicrash. Ah, ja. Warum tut er das? Weil er loadgeil ist. Beim letzten war zwar auch nix drin, letzte Aufnahme-Session, aber... Ja, aber beim nächsten ist garantiert was drin. Wenn der Emmes danach schaut, dann... Irgendwie wiederholt die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Wird's grad Nacht? Wird's grad Nacht? Ach, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nee, Spaß. Nicht schon wieder? Wieder? Echo. Echo. Emmes? Warte mal auf uns kurz. Wieso läufst du eigentlich so merkwürdig da durch die Gegend? Ich? Was? Ich stehe grade. Weil hier ziemlich viele Helicrash-Sights sind. Also Spawnpunkte. Aber leider ist keiner da. Wir können weiterlaufen. Sonst würdest du rauchen, ne? Rauchen oder ähm... Feuer. Oder wenn's ein russischer ist, siehst du nur ein Helicrash. Ohne Rauch. Da kriegst du dann die SVD und sowas. Was? Joa. Schau, wir kommen. Warte auf uns. Lass uns mit dir spielen. Lass uns mit dir spielen, Troy. Möchtest du unser Freund sein? Boah, das macht mir immer so Gänsehaut, Alter. Warum, Finon? Weil du scheiße bist. Was? Ich war doch bisher immer lieb zu dir. Das verletzt mich zutiefst, wenn du sowas sagst. Oh. Wir haben bald wieder eine Minecraft-Aufnahme. So, die nächste Stadt, wo wir hinkommen. Da gibt's einen Brunnen. Das ist schon mal gut. Joa. Können wir gleich schon mal wieder einen Cantin aufladen. Muss ich mir im Moment gar nichts trinken. Ich bin hot. Oh. Troy grad aus einfach. Aber nicht in echt. Einfach grad aus. Nee, in echt nicht. Seid ihr schon Green Mountain? Ist da auch schon ein Pimmel in die Hände? Das ist Green Mountain. Ist das nicht Candy Mountain? Candy Mountain, Charlie? Lol. Candy Mountain. Oh, jetzt ist mein Handy. Da hinten zu dem Pimmel, wie du's gesagt hast. Da wollen wir ungefähr hin. Da wollen wir ungefähr hin. Och, 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 och. Sitz ich da drauf, Amos? Ich bin irgendwie... Wo seid ihr denn? Stopp. Ich bin direkt hinter dir. Ja, aber stopp. Schödoop. So, Emerson. Jetzt mach mal ne ganz genaue Positionsangabe. Ich bin das. Wir sind aufm Feld. Hier ist nichts rundherum. Wir stehen hier. Troy? Wo bist du? Ich bin einfach auf den Pimmel zugelaufen. Nicht auf den Pimmel. Auf die Stadt. Ist. Ich bin also... Hier ist jetzt. Ich bin einfach weg weg beginnen. B survives ago. Ich bin noch wirklich... Hier ist jetzt locker ganz einredenvergleich. Du musst unter anderem koennen, wenn es Auto leicht zur schwarzen, ist es erforderlich. cool ist es vielleicht kompr z Vielen Dank.